heilige maria nein nein junge ist das dein scheiß ernst damit hast du das rennen jetzt verloren alter damit hast du das rennen jetzt verloren ganz ehrlich das ist einfach nur asozial so was mag ich auch nicht aber ganz ehrlich du bist jetzt zweiter ohne scheiß und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von gta online heute wieder schöne normale kassenmaps mit dem tiberius und mit leonardo diesmal stürzt das spiel hoffentlich nicht ab günther herzlichen dank für eure rege anteilnahme an dieser anmoderation freue ich mich was soll das denn abzahlen du sagst du rammst du hast du gerade meinen reifen zerschossen ne geht ja gar nicht geht ja erst jetzt so water stunt race wow scheiße okay mittig bleiben die map hat ungefähr 72 prozent viel spaß oh man das macht ja keinen spaß hier das rennen geht 30 sekunden und er hat immer keinen bock mehr alter schwede warum bin ich denn nicht nach links gefahren ach so es ist ein punkt zu punkt rennen oh hier kommt ein kleiner warrad geil okay ist nicht schwer so ich habe vom sound passt alles habe gerade einfach nur alles auf die schnelle angeschmissen leonard wie fühlen sie sich und weißt du was weiß was der witz daran ist wenn du erster gewesen wäre es dann wäre es auf mal ein richtig geiles rennen doch denn das stimmt das ist immer so das ist vollkommen richtig Owen das ist einfach so einfach so einfach so einfach so einfach so einfach Warte Alter, was hast du? Abstar. Abstar. Ey, ihr habt doch echt eine Querschnittsbehinderung. Nein, 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 nein. Ja, wir sind geistig zurückgeblieben. Querschnittlich. So, es sind noch vier Punkte. Boa, Leon, wie weit bist du denn da hinten? Ja, woran liegt's? Ja, bestimmt nicht daran, dass ich dich in zwei Sekunden da weggedrückt hab. Ja, das ist allerdings richtig. Ich hab dich noch zurückgedrückt, also... Nee. Natürlich hab ich zurückgedrückt. So. Ach, der Proto ist ja so lahm. Der ist so arschig. Alter Schwede, der kommt ja nicht aus der Hose. WTF? 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 Was ist los, ey? So, Freunde, ja? Ich will ja nichts sagen, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Nein, da hat Leonard überholt mich jetzt. Und da ist schon mal der erste Sieg des Tages, Freunde. Gucken wir mal, wie es bei den beiden rausgeht. Nein, 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 nein. Ich seh nichts. Oh, Kopf an Kopf. Nein. Noch ist nichts verloren, da kommt noch was. Ach du Scheiße. Oh. Wie wird Leonard sich entscheiden? Oh, ja, 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 ja. Ich war halt hier, ne, jetzt schon wieder. Hier. Ach so. Da konnte ich nicht mehr raus. Ja, du hättest doch einfach die Rampe nehmen können. Da war ich zu lahm für. Ja, sehr blöd gelaufen für Tiberius. Ich komme auch noch ins Ziel. Ja. Kleiner Cut, nächstes Rennen. Ach, stimmt. Weiter geht's. Dann Spiral War Right Hard. 55%ige Bewertung, zwei Runden, den Osiris haben wir genommen. Viel Spaß. Tschüss. Und tschacke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Jünger, wer hat denn hier gewettet, ey? Ich. Das ist egal, wir wetten doch hier nicht. Oh Gott, der kommt ja gar nicht in die Kurve. Ja, du, weil mein Leckbrecher bitte gehakt hat. Jünger, ich bin auch den Formula gewöhnt, ne? Ja, ich auch. Ich auch vollkommen. Ja, da kannst du einfach komplett rumziehen. Mann, mein PC hackt voll. Ja, das ist halt ein richtiger Schrottrechner. Lol, ach da, lol. Oh Gott. Ist so lang. Tschüss mit F. Alter, ist er richtig unsmooth. Nein! Oh, fast explodiert. Mann! Ja, super, ich hab's nicht geschafft. Ja. Ciao. Alter, die Welt ist geil. Nein! Ja. Ich hab's nicht geschafft. Nein! Oh nein. Ja. Ich mach den Zähn. Ja, bye. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja, bye. Ja, bye. Ah, shit. Und schmuf unendlich. Ah, nicht verkacken. Ich darf nicht verkacken. Oh nein, langsam fahren. Ja, so ein Sack. Ja. So. Aber ich find die ganz gut eigentlich. Oh. Oh. Ciao. Nein. So. Du bist nicht rangekommen. Leonard, komm doch mal. Leonard. Oh Gott, wo geht's lang? Alter, scheiße. Ich hab dich aufgenommen. Wow. Was hast du mir gesagt? Dass ich dich nicht warnen werde, dieses Rennen. Hast du aber schon. Genau. Oh Gott, Alter. Wie schnell muss man sein? Nein! Oh, komm. Als ob man dann nochmal hoch muss. Scheiße. Ganz knapp geschafft, Alter. Oh, Leonard. Ich lehne das von mir. Was? Also wenn du bei Sonaveb gegen Leonard verlierst, da ist irgendwas gewaltig schief, ey. Wirklich. Super. Ah. Oh. Als ob man da so weit hochkommt. Bist du da hochgekommen? Nee. Alter, wie scheiße das gebaut ist hier, ey. Jetzt. Oh. Oh. Jetzt hab ich nachgegrab. Puh. Oh. Ich darf einfach nicht den Leonard verlieren. Das stimmt wohl. Das ist richtig. So. Ah, ja. Super. Geschafft. Was? Wie ums Schmoof. Naja, da oben richtig krank, ja. Was ist denn diese Bremse? Ja. Fast weggeflogen davon. Oh. Oh. Was? Ich bin da weggeflogen. Ja, alles klar. Alter, die Map ist so schön. Schlecht gebaut. Ja, die ist echt schlecht gebaut. Ich find's die okay so. Also, Elemente sind cool, aber es ist nicht so weich umgesetzt. So, ich müsste eigentlich gleich, ja. Erste Runde vorbei. Sehr schön. Was? So ein A. Nein. Oh. Halt doch an. Ey, die Bremse sind ja auch so schlecht von dem Ding. Alter, die Kurvenlage von dem Auto geht gar nicht, ey. Im Vergleich zum Formular, das geht echt überhaupt nicht. Klar, ey. Ich komm nicht klar. Ich fahr gegen jede Wand, ey. Ich komm nicht auf. Überrunde dich dann gleich, wa? Wie viele Runden hast du denn gemacht? Zwei. Boah, das ist doof. Sagst du, wir machen ein bisschen V1? Ja, wir können gerne noch eins hin. V1, dann hab ich Bock drauf. Ja, ist doch viel geiler als das. Egal, das ist unmöglich. Also ich sag mal gleich, Leonhard, wenn ich so ne Map anmache, schaffst du nicht mal den ersten Punkt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Das bringt gar nichts. Damit ist uns nicht geholfen. Dann lass doch irgendwie V1 ein bisschen Stunt. Ja, gibt's ja nicht. Hab ich noch nicht. Die Maps gibt's noch nicht. Der Modus ist noch so neu, da wurden noch keine Maps für gemacht. Ich suche immer wirklich danach, aber... Man, ich komm einfach mit diesem Kack-Auto nicht mehr klar, ne? Ach, scheiße. Ich bin rausgeflogen. Das war mal der beste Wall, right? Ja, ja. Vor dem T20 und dann... Ja, wirklich. ...kam... Davor war's der Entity, fand ich. Ja, ja, Entity war schon richtig. Damals die Zeit noch mit dem Entity war so geil. Nee, ich komm nicht hoch. Wo bist du denn? Ey, Junge, jetzt schaff ich's die ganze Zeit nicht. Als ob ich das da... Bist du? Ach so, Leonhard, du bist auch bei der Stelle. Was machst du? Wo genau fliegst du raus? Du fährst doch die... Da, wo man wieder hochlenken muss. Ah, die rote Spirale. Genau dort, wo ich hochlenken muss. Dann kommt dieses schwarzes Ding. Und dann kommt der schwarze Wallrad und dann wieder die Spirale hoch. Jetzt hab ich's auch. Ja. Vom Gas gehen einfach. Nicht so schnell machen und dann hast du's. Bisschen vom Gas gehen da. Wenn du auf den schwarzen geraden Wallrad aufhörst, vom Gas gehen. Leicht hochlenken und dann wieder Gas geben. Ich hab's auch. First Try wieder. Was? Du bist ja direkt hinter mir jetzt, oder? Mhm. Scheiße. Und da vorne kommen noch so zwei unschmure Geschichten. Ja. Ja. Kacke! Kacke! Und Kacke! Und Kacke! Naja, das ist ja voll easy dann. Wird immer ein Gas wegnehmen. Das war der Tick. Halt. Tick? Voll easy. Das war der Tick, ne, Leonard? Und Kacke! Einfach nur Kacke! Das war dein Tick! Kacke! Kacke! Ich hab's nicht gedreht, als ich nach unten gefahren bin. Nein! Nein, hallo! Nein! Digga! Diese Stelle! Ist einfach nicht machbar! Ja, genau! Ich hab's geschafft! Ja! Das kann nicht dein Ernst sein! Ja, und jetzt schau... Nee! Das kann ich nicht dein Ernst sein jetzt, ja. Das gibt's nicht. Nein! Ich bin zu weit gefahren! Jawoll! Oh nein! Nein! Ich komm nicht rauf! Ja! Das kann nicht wahr sein! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Mann! Heilige Maria! Nein! Nein! Junge, ist das dein Scheißernst? Ich bin... Damit hast du das Rennen jetzt verloren, Alter. Damit hast du das Rennen jetzt verloren. Ganz ehrlich, das ist einfach nur asozial. Ja, sowas mag ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, du bist jetzt Zweiter, ohne Scheiß. Was? Was ist das denn? Ja... Nee, das seh ich nicht ein. Das seh ich nicht ein. Das seh ich nicht ein. Das ist lächerlich. Das ist echt krass. Ich bin jetzt Runde 2. Hä? Ey, du hast mich auch gerade hier überholt. Hä? Wo bist du denn, Fabio? Ja, ich hab doch den Punkt nicht bekommen. Ich musste den Looping nochmal fahren. Haha, so. Ein Zopf. Ja, da war doch irgendwo ein Punkt. Ey, Fabio, hab ich dich doch gleich. Ja, Junge, ich bin jetzt im Ziel. Ach so. Ich war doch eine Runde weiter. Ah, Junge. Naja. Weiter geht's mit der nächsten Map. So, weiter geht's. Stunt del Perro Cup. Diesmal leider nur zu zweit. Bei Leonard lädt GTA gerade nichts. Ja. Das funktioniert ja gerade nicht. Ja. Deswegen kann ich leider nicht mitmachen. Boah. Beim nächsten Rennen ist er hoffentlich wieder dabei. Ja. Wenn's irgendwann mal lädt. Wir fahren das hier so lange noch zu Ende. Wir machen die Folge noch zu Ende. Ja. Weil jemand keinen Bock hat. Äh. Ich hab's genau gesehen, ey. Ja, ist klar. Muss ja fünf Stunden, ne? Nee, ich hoffe wir haben schon. Nee, 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 Fabio. Nee, nee, nee. Scheiße. Nein, nicht auf den Kopf. Nein. Oh Gott. Ja. Ein bisschen anstoßen und schon ein bisschen weg. Oh yeah. Sagt der, der mich schön ins Wasser drücken wollte. Ja. Der wollte sich ja nicht nur ein bisschen anstoßen. Nee. Da fällt mir wirklich... Oh shit. Ja, der Krieger ist geil. Ja, der fährt schon ganz cool. Ja, sehr schade, dass Leonard nicht dabei ist, aber Rockstar macht einem das Leben halt manchmal wirklich schwer. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie lange wir gewartet? Viertelstunde oder mehr? Also schon ewig. Ja, und das Leben. Alter, du hast ja gar keine Kurven fahren. Also bei mir fährt heute wunderbar. So. Oh shit. Ich traf's halt so eine leichte Neigung. Ja. Wenn du so ein bisschen nach rechts abspringst, ist es vorbei. Nein. Scheiße, muss man weit rechts fahren. Gott. Ja. Scheiße. Scheiße. Schon gesehen, dass die Kurve scheiße ist. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein, noch ein Speed. Jawoll. Ciao. Oh Gott, was ist das scheiße. Und? Und? Ja, ich habe ein Speed bekommen. Nein. Ah, Junge. So muss das. Ah, schön. Gerade nochmal gerettet. Scheiße. Oh Gott. Du hast ja eine Runde schon. Yay. Und diesmal. Witzfutten. Hast du nicht. Hast du nicht. Hast du noch nicht. Ich hätte beklappen können. Ja, ich sehe das ja. Früher hat man es echt nicht gesehen, ne? Ja, es war schon ein bisschen schwieriger irgendwie. Aber mittlerweile kriegt man ja alles mit. Ja, ich bin auch diesmal richtig gut geflogen. Ohne deine Scheiße. Ach, schön ist es ja. Ist es ja schön. Ah, gut, genau. Diese Kurve einfach bei mir nicht. Hast du gebremst? Ich habe die nicht. Ja, natürlich. Ich habe auch ein bisschen gebremst und dann hat er es gemacht. Oh, wenn man mal so in echt fahren würde, dann ist es schön weit fliegen. Ja, nee. Das macht der Wagen einmal und dann geht es nicht mehr. So, komm. Kein Fehler mehr. Und dann ist das doch ein Kasten hier. Jawoll. Ja. Wo ist jetzt hier dein Sieg? Ich sehe ihn nicht. Wobei, ich bin noch still. Ich bin noch still. Ja? Okay. Dann sagen wir, das ist die Vergeltung für die Angehungsmine. Ja. Oh Gott. So, passt. Fertig. Guts. So muss das laufen. Ich glaube, du bist auch schon im Ziel, wa? Ja. Das war es wieder für diese Folge. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken, was wir machen. Die beiden wollten ja eigentlich ein bisschen was Härteres, aber frage ich mich, warum? Weil die beiden können das nicht und ich eigentlich auch nicht. Also, ja. Gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. In der nächsten Folge geht es weiter mit Custom Maps. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.